Hallöchen meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zum 50 Abonnenten Special. Leute, ihr seid verrückt. 50 Abonnenten? Oh, ich hab mich so doll darauf gefreut. Lasst euch nicht von der Musik im Hintergrund irritieren. Ich fand die Musik cool, aber das Say Goodbye hat natürlich nix damit zu tun. Äh, ja. Auf jeden Fall, ich möchte euch ganz doll danken. Ähm, ich freue mich über jeden Abonnenten, über jedes Kommentar, über jede positive Bewertung, auch wenn es vielleicht negative Bewertungen sind oder von mir aus auch einfach nur Kritik, aber das hilft mir natürlich weiter den Channel zu verbessern. Vielen, vielen Dank. Und, äh, als kleines Special werde ich jetzt erstmal die Abonnenten vorlesen, die ihre Abos nicht auf Privat gestellt haben. Auch wenn vielleicht ein paar davon, äh, nicht unbedingt, äh, aktive Zuschauer sind, vielleicht erkennt sich halt jemand mal wieder. Und das fände ich natürlich super. Darum gehe ich jetzt kurz auf die Seite. Hier. Ja, mittlerweile sind sogar 52 Opponenten. Hey, nein, nein. Äh, okay. Der erste wäre Mr. Spieleplayer. Vielen lieben Dank. Boothmilftoni. Dankeschön. Kevinmeister1. Ich danke dir. Erik Keil. Vielen lieben Dank. Alexa M. Wanderhult. Hab ich das richtig ausgesprochen? Hm. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Axel Schneider. Vielen Dank. Und die Ruth. Danke, liebe Ruth. Lonix. Lieben Dank. RainbowButterKix. Okay. Vielen Dank. Ähm, Lexi Snipes. Vielen, vielen Dank. Nadine Steinert. Danke. Hallo Edgar. Luki. Danke schön. Marina Sisi. Vielen Dank. Mr. ProGamesLP. Danke schön. Mr. Mwazan. 4444. Vielen lieben Dank. Cyanid. Cyanid oder Cyanide 1988. Ne, 89. Vielen Dank. Der UULP. Vielen, vielen Dank. Retrophenologe. Ich danke dir von Herzen. Und Kanu... Kaneko-Chan. Hab ich das richtig ausgesprochen? Kaneko-Chan. Ich nenne die drei jetzt mal aus E. Vielen, vielen Dank. Das wäre eigentlich schon die, die es angezeigt haben. Ich kann leider nicht alle ablesen, aber ich möchte natürlich sagen, vielen lieben Dank an alle von euch. Ich freue mich wirklich über alles. Und danke, dass ihr mich unterstützt. Das gibt mir Motivation, so weiterzumachen. Und das werde ich natürlich auch so fortführen. Und jo. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem von den Videos. Und ich sag mal, tschüss.